Moin, so ein paar mal rellos, illos, illos. Weiter geht's mit Mashup. Der gute Tim ist bei mir. Immer noch. Und diesmal müssen wir Demolition suchen. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Wir werden zwei lustige Runden jetzt noch spielen. Vielleicht auch drei. Ich glaube, aber eher zwei. Ich glaube, ein Pfeifchen wird mich gleich mal wach machen. Ja, ein Pfeifchen macht den Tim wach. Ach, so müssen wir gleich noch einen Pfeifchen brauchen. Ja, ja. Was haben wir? Und eine Uhrzeit, wo ich eigentlich schon besser sein sollte. Gut, dann spielen wir noch eine Runde Moonball. Denn das haben wir bis jetzt nur einmal gespielt. Ne, zweimal. Zweimal hat man Moonball. Ah, ne. Einmal. Wir hatten zweimal Timewarp. Und danach müssen wir so lange weiter skippen, bis wir Demolition drin haben. Seid ihr gespannt, was Demolition ist? Ich bin gespannt, was Demolition ist. Hä, hä, what the fuck? Sehr schön. Ach, scheiße. Aber hier kann man echt gut fliegen üben. Finde ich geil. Also man wird dadurch ja auch ein bisschen besser hier, ne? So. Ich bin an die Wand gesetzt. Wie eine kleine Fliege. Wow. Ich glaube, hier muss man einfach übelste Flanken schießen. Und dann muss hier einer reinklatschen. Oh, jetzt war ich zu weit unten. Ah. Ich finde das ganz gut, weil dann kann man mal wirklich in der Luft üben, wie man das Auto drin muss. Und kann auch mal so coole Paraden machen wie Cronobi und Fischokit und Gips mit den Triaxial-Saltos oder wie man die nennen soll. Ach, scheiße. Ich wollte einen Fallrückzehen in der Luft machen. Oh shit. Mach jetzt einfach mal hier sowas. Du sollst Tore schießen und Tore verhindern. Oh Gott. Man braucht nur so lange, bis man hochfliegt, ne? Also bis man runterfliegt wieder. Oh, da war noch einer. 1-0. Guck mal, der fliegt, ey. Alter, der hat den Fass noch rausgeholt. Guck mal. Krass. Hat der mehr Fliege fehlt, ey. Ne, war der schon knapp. DeLorean. So, erstmal ein bisschen Nitro-Gathern. Nein. Oh, ich hab ihn noch erwischt. Ich stürze herunter wie ein Adler. Alter. Hui. Wenig Schwerkraft, Junge. Wenig Schwerkraft, ja. Komm raus. Sehr schön, ey. Komm, damit kann man auch was anfangen. Ja, hab ich doch, aber der hat geblockt. Damit kann man was anfangen. Boah. Drin. Die Schwerkraft, Junge, ey. Geronimo war das. Geronimo, das ist ja cool. Ich stelle gleich erstmal für Letter ein, dass ich Anfänger bin. Ich weiß, ich konnte bei mir eben nur Veteran einstellen. Oder Meister oder so, keine Ahnung. Irgendwas konnte ich einstellen. Was auch immer ich bin. Was bin ich denn? Experte, genau das konnte ich einstellen. Was anderes konnte ich da gar nicht auswählen, warum auch immer. Mach rein, Junge. Der geht nicht, oder? Doch. Geil. 3 zu 0? Was für Zeichen. Gar kein Problem. Also ich finde, Moonball, Pinball und Time Warps sind geil. Die anderen finde ich nicht so gut. Also das mit dem Viereck, also mit dem Würfel. Das ist so Lala. Was war das andere noch? Mit dem Beachball finde ich irgendwie gar nicht so gut. Also da finde ich das hier ist tausendmal mehr Beachball als das andere. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich glaube, Time Warp finde ich bis jetzt noch am allergeilsten. Weil das ist wie das Normale, nur mit geilen Effekten. Und an dem vorbei und am... Oh. Und soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber hinten hat der Frosch die Locken, oder wie geht das? Oh, der hat ihn reingemacht. Guck mal, wie der geflogen ist, ey. Ich finde, in diesem Mode muss ich mir auf jeden Fall Fischokit und sowas mal angucken. Die zocken das bestimmt auch, aber bestimmt übelst krank. Die kriegen ja so schon im normalen Modus alle Bälle rein. So, ich setze mich an die Wand. Fliegentaktik. Oh. Jawoll! Zweimal getroffen in der Luft, ey. Geil. Ich hab kein Hitro mehr, jetzt ist mir ausgegangen. Oh Mann. Alter, was ein Schuss. Oh, der kommt gut aufs Tor, glaube ich. Ah, der fiel zu hoch, Alter. Oh, ich dreh mich an der Decke. Also ich kann da, wenn der Ball gerade auf mich fliegt, ist das okay, dann kann ich das ungefähr abschätzen. Aber zum Beispiel wirklich so hinterher springen, finde ich es noch übelst schwer, ey, wegen der Schwerkraft. Ja, das ist echt, das ist echt übel mit der Schwerkraft, weil man auch so ewig lang braucht, um was zu machen, gell. Also bist du dann, also bist du, du hochkommst ist sehr schnell, aber dann wieder runter zu kommen oder halt zu lenken, um da einen neuen Sprung zu machen, das dauert ja ewig immer. Oh, jetzt sind sie alle gelandet, scheiße. Oh. So, wo ist der Ball? Der fliegt sehr weit oben. Oh, er war Latte. Als wäre er mir egal. Krass. Krass. Wuh. Alter. Der. Nee. Oh. Der wäre reingegangen. Ganz kaputt ist der. Was ist das denn? Unreal Tournament Red? Cool nehme ich. Gut. Demolition. Are you ready? Joa. For some fun? Gut, dann gucken wir mal. Ob wir da auch mal ein Spiel kriegen? Wäre cool. Ja. Demolition hatten wir bis jetzt noch nie. Komisch, oder? Und wir haben schon bestimmt sechs Matches gespielt. Und ich habe auch noch zwei gespielt. Acht Matches. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen durchdäunen, schätze ich mal. Joa. Bin gespannt. Stimmt, dass man da die ganze Zeit tot. Was ist das? Äh, Kubisch. Komm raus. Kubisch. Ist Kuhmist. Lassuna. Was? Eigentlich coole Sachen in der Garage. Guck hier, geh mal ganz rechts. Kann nur Titel Experte oder keine? Veteran. Ja. Hm. Bringt einem ja nichts, oder? Ne. Dann bin ich lieber Experte. Was haben wir? Was ist das? Moonball. Hatten wir gerade. Wir wollen Demolition haben. Demolition Derby. Ja, bin gespannt, ob wir jetzt mal reinkommen. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich ist, dass wenn du jemanden berührst oder schnell anfährst, dass der dann direkt tot ist, weißt du? Oder vielleicht auch, dass wenn du den Ball triffst, du stirbst danach. Moonball. Oh, jetzt sagte ich gerade, das sieht schon nach Demolition aus, aber da hatten wohl andere genau dieselbe D wie wir. Die join einfach mal raus. Ja, natürlich. Will ja jetzt gerade am Anfang, will ja jeder alles mal ausprobieren. Und da ist das halt so eine Sache, ne? So. Demolition will ich jetzt haben. Was haben wir? Das ist auch mit der Moonball, oder? Moonball. Und raus. Was ist denn mit Demolition? Gibt's das nicht? Und direkt noch eins. Ich würde es gerne einstellen. Alter. Du hast ja meinen Kopfhörern gezogen. Richtig so. Jeder das, was er verdient. Nein. Demolition. Ich muss dir gleich noch von meiner Idee erzählen. Ah ja, stimmt. Du hattest ja gerade eben davon gesprochen. Holeman. Das ist das Pinball. Oder? Das Pinball, kann man das irgendwo nachgucken? Ich finde, das müsste man auch hier lesen können, wenn man das Anzeigefenster hat mit den Spielern. Pineball. Was? Pineball. Achso, okay. Ja, ich würde sagen, dreimal probieren wir es noch, sonst ist da zu viel Zeit dazwischen einfach. Wieso das denn? Kann doch ein Cut reinmachen. Okay, wenn es jetzt nicht kommt, dann mache ich einen Cut. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das kommt. Und? Ah, das ist wieder ein großer Ball. Strandball. Gut, dann mache ich... Oh, scheiße. Äh. Dann mache ich an dieser Stelle einen kleinen Cut und dann sehen wir uns im Demolition Derby-Dings. Ne? Bis gleich. So, leider klappt es anscheinend noch nicht mit dem Demolition. Deswegen machen wir jetzt mal ein Freundschaftsspiel. Kann man hier auch Mutatoren einstellen? Wir spielen... Komm, wir spielen mit Bots, ja? Mein Team gegen dein Team. Auf einer coolen Stage, Heidi. Profi-Bots. Und dann machen wir Demolition rein. Okay? Bist du bereit? Ja. Ich bin Team Rot. Dann bleibt ja nichts anderes übrig, als Team Blau zu sein. Achso, ich dachte, du nimmst die Grünen. Ne. Orange beitreten. Okay, Ballgewicht schwer. Schwerkraft hoch. Alter, what the fuck? Ho. Ho. Alter, was ist das denn? Ich bin tot. Alter. Nein. Alter. Okay. Mürtle. Mürtle. Okay, das ist also Demolition. Schwerkraft hoch. Ja. Ho. Alter. Alter, ihr seid alle tot. Ihr seid alle tot. Ich bin doch auch tot. Aber man spawnt wenigstens direkt wieder. Das ist cool. Okay, jetzt hat mich einer... Alter, ich bin tot. Was sagst du zu dem Modus? Ja, der Ball fliegt halt nicht, ne? Ne, überhaupt nicht fliegt der. Nitro einsammeln brauchst du eigentlich nicht. Du schläfst nämlich eh wieder danach. Alter. Alter. Die einfach alle sterbt. Alter, gerade eben die Attacke. Alter, hätte sie sehen müssen, ey. Ich habe ihn angespielt. Hast du nett. Doch, guck. Also fliegen kann man hier nett, oder? Ne. Kreise, alter, krass. Bumm. Achso, man kann sich nicht gegenseitig töten. Wäre natürlich auch blöd, oder? Alter. Alter. Alter, wenn ich in volle Kanne schieße, fliegt der trotzdem nicht weit. Wo spielt denn der hin? In meinem Team sind nur Trottel. Ich kriege den gar nicht weg vom Tor. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich sehe da noch alles explodieren. Oh Mann, ey. Ich bin tot. Nein. Ihr müsst überleben. Komm, 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 komm. Was macht der denn da? Ach du Sche... Alter, unser ganzes Team ist tot. Alter. Das gibt es doch nicht. Wo spielt er hin? Alter. Ich war hier durch und alles ist nur am Explodieren. Wo ist der Ball? Ich sehe den voll oft nicht. Boah. Okay, der Modus ist nicht so cool, oder? Weil ich finde, mit der Schwerkraft das richtig scheiße. Ja, den Ball muss man schon ordentlich spielen können. Ja, oder? Also ich meine, ich kann zwar hier alle wegrammen, aber man wird ja selber weggerammt. Es geht quasi nur darum, alle möglichst schnell wegzurammen. Und dann den Ball nach vorne ins Tor. Alter, ins Tor zu trippeln. Oh. Warum stürzt du nicht? Aha. Also Time Warp, Moonball und Pinball sind die Besten. Die anderen sind nicht so gut, finde ich. Kein Problem für mich. Kann der nicht mal... Ich weiß ja nicht. Und los. Ich würde wenigstens auch noch ein Tor machen hier. Das gibt's doch nicht. Ja! Du kleiner Schlumpf. Unglaublich. Geil. So müssen wir das machen. Hörst du die Musik jetzt am Hintergrund? Ja, der kam, glaube ich, schon immer. Du musst einfach volle Kanne den Ball anspielen. Und dann... Oh, schon wieder tot. Ich hab ne Auslöschung bekommen. Ich bin schon wieder tot. Alter. Nein! Oh, Gott sei Dank. Da hat's mich gerade aber weggebombt. Ich war das. Ich bin schon wieder tot. Wollen wir uns einfach nur voll reincraschen? Weil, wenn du einen Rams stirbst, du zwar. Aber der Gegner stirbt auch. Do it! Oh. Ich fühl mich, als ob ich einen Amboss im Arsch hätte oder sowas. So siehst du auch aus. Wo schießt'n der hin? Aber was macht'n der? Ja, was macht'n der, Alter? Oh. Ja, so hast du den noch nie... Oh, gespielt, hä? Oh, ich bin schon wieder tot. Na, ha, Merlin. Oh, das gibt's doch nicht. Merlin ist der Boss. Also den Modus finde ich gar nicht cool. Man kann weder Tricks machen noch irgendetwas cooles reißen. Ja, einfach nur aufeinander fahren. Ja, das ist echt ein bisschen doof. Ich bin mal gespannt, wie wir uns jetzt gleich anschneiden, wenn wir wieder normal spielen. Ja. Aber das nehmen wir nicht auf. Können wir aber demnächst mal machen. Wenn wir bei 7, Alter, bei 750 sind. Ab dann nehmen wir mal wieder auf. Dann kriegen wir wahrscheinlich Übels auf die Fresse, ey. Ja, egal. Aber dann können wir zeigen, wie es in der Gold-Liga so abgeht. Ja, gut. Oddworld, Glucon. Megrum. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Das waren alle Modis soweit. Schreibt doch in die Kommentare, ob ihr was Bestimmtes noch sehen wollt. Dann können wir das natürlich auch noch irgendwann aufnehmen. Oder ob ihr bestimmte andere Sachen sehen wollt. Ansonsten zocken wir noch ein paar normale Matches. Läder. Und rauchen wir jetzt dabei ein Piefchen. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Daumen nach oben und stay pam. Ciao. Anzug. Bitte markiere meine Feinde. Denn Dana kann zu schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Tritt, schick den Kommentar. Denn das Heilt und das spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch. Drück in Dämmern Highscore. Kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprojekt. Oh.